Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass du da bist, um diesen Tag gelassen, dankbar und zufrieden zu beginnen. Die ersten Minuten des Tages sind so wertvoll, denn sie bestimmen, mit welchen Gedanken wir diesem Morgen begegnen, wie wir uns fühlen und welche Erfahrungen wir anziehen. Ich möchte dich dazu einladen, den heutigen Tag mit Dankbarkeit zu beginnen, denn sie ist der Schlüssel, um all das in dein Leben zu ziehen, was dich glücklich macht und was du dir aus tiefstem Herzen wünschst. Komm in eine angenehme Sitzposition oder, wenn du magst, bleib gern noch in deinem Bett liegen. Deine Hände ruhen entspannt auf deinen Knien oder neben deinem Körper. Schließ behutsam deine Augen und nimm einen tiefen Atemzug ein durch die Nase und lang durch den geöffneten Mund wieder aus. Atme tief ein und mit der Ausatmung lass los, werde ganz leer. Mit jeder Einatmung schenkt dir selbst positive und hilfreiche Gedanken, die dir gut tun und die für das stehen, was du heute erleben möchtest. Noch einmal tief einatmen und lang wieder aus. Lass nun deinen Atem ganz natürlich fließen. Beobachte, wie dein Atem sanft durch die Nase einströmt und auch wieder hinaus. Richte deine Aufmerksamkeit auf den natürlichen Rhythmus jeder Ein- und Ausatmung, ohne etwas zu verändern. Nimm einfach nur wahr. Beobachte, wie jede Einatmung deinen Körper mit Zuversicht und Geborgenheit erfüllt. Wie sich diese positive, liebevolle Energie immer weiter in dir ausdehnt. Lass jede Einatmung ganz sanft durch die Nase einströmen und ebenso leicht und natürlich wieder hinaus. Nimm wahr, wie sich dein Herz ganz leicht und befreit anfühlt. Weil du weißt, das Leben passiert für dich. Wofür bist du dankbar, jetzt in diesem Moment? Wofür bist du dankbar, jetzt in diesem Moment. Du trägst alles in dir, alle Antworten, alle Lösungen. Alles ist bereits da, ist in dir. Atme tief ein durch die Nase, lang durch den Mund wieder aus. Komm ganz behutsam wieder zurück. Mach jede Bewegung, die sich gut anfühlt. Öffne sanft deine Augen. Alles ist in dir. Alles ist in dir. Herz ist in dir. Es geht nicht. Untertitelung des ZDF, 2020